Freak ist eigentlich, wenn man es übersetzt, Laune der Natur. Ich finde, Freak wird heute eigentlich zu negativ verwendet, was eigentlich gar nicht der Ausdruck ist dafür. Den Begriff Freak kenne ich in der Zwischenzeit und ich habe ihn in der Zwischenzeit nie negativ aufgefasst. Ganz im Gegenteil, es ist ein bisschen ein Adelspredikat für mich. Freak ist jemand, der der Gesellschaft auffällt. Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, dem Podcast, in dem es um Menschen, Geschichten und Leidenschaften geht. Vielleicht kennen einige von euch Freak Radio, eine wöchentliche Radiosendung auf Ö1 Campus, in der es um die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung geht. Mit unserem neuen Podcast möchten wir mit Menschen mit und ohne Behinderung über ihre Leidenschaften sprechen. Was ist eigentlich ein Freak? Ein Freak ist jemand, der nicht in normale Rollenschemen passt. Freaks sind außergewöhnlich und sie können sich besonders für eine Sache begeistern. Der Duden definiert Freaks als Menschen, die sich sogar in übertrieben erscheinender Weise für etwas begeistern. Wir Audio-Freaks, das sind Sandra Knopp, Christoph Dirnbacher und Udo Seelhofer, stellen als Freakcasters Menschen vor, die sich einer Passion verschrieben haben. Wir gehen der Frage nach, wie der Begriff Freaks entstanden ist und beleuchten das Leben eines Prater-Urgesteins aus dem 19. Jahrhundert. Später lernen sie einen weltberühmten Detektiv kennen und erfahren, wie viele Herrscher mit Behinderung es unter den Familienmitgliedern des Hauses Habsburg gab. Bei uns kommt ein Vater zu Wort, der jahrelang darum kämpfte, für seine Tochter das Eigenheim zu einer betreuten Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung umzubauen. Wir sprechen auch über Liebe und Beziehung mit Behinderung unter Fragen, warum sich erwachsene Menschen dem Rollenspiel, auch Live-Action-Rolle, genannt, widmen. Hören Sie das und vieles mehr ab Freitag. Ver Untertitelung des ZDF, 2020